Ein Flushiges Hallöchen Leute, ich bin's wieder, euer Flushy Zockt und herzlich willkommen zu meinem neuen Part von Mario Kart 8 Online. So Leute, dann geht es mal rasant auf der Piste weiter und ja Leute, ich hab das Spiel seit über zwei Wochen nicht mehr gespielt, weil ich nämlich im Urlaub war und ja, ich war in Polen gewesen und ja, dort, als ich Urlaub gemacht hab, hab ich gar nichts gezockt, also ich war wirklich, ich wollte einfach mal abschalten und ja, ich werd wahrscheinlich nicht der Beste hier sein, aber ja, wie man schon sieht, Leute, ja, ich werd wahrscheinlich verkacken, mal gucken, also bis jetzt läuft das sehr gut. Äh, ja, äh, ich bin zwei Runden noch online gefahren, also und ja Leute, die zwei Runden oder die zwei Rennen, die waren wirklich, ja, Müll gewesen, sag ich mal und ja, absolut schlecht, kann man sagen, aber ist halt klar, ne, wenn man nur zwei Wochen oder drei heftig, ähm, ja, das ist ja natürlich klar, ne, wenn man drei Wochen oder, ja, also über zwei Wochen hab ich nicht mehr mit Mario Kart 8 gespielt und, also allgemein nicht mehr gespielt. So, Alter, was ist denn hier los, ey, ich glaub's nicht. Ja, okay, ich raste nicht aus, Leute, äh, das ist normal, wenn man verkackt, ja, das ist, muss man nicht ausrasten, das gehört halt dazu. So. Ja, okay, das war jetzt, das war jetzt, äh, das war ein Fehler von mir. Ja, natürlich, Leute, wisst ihr, ich seh's einfach nicht so, äh, ätzend, also ist es, ähm, naja, Leute, man sieht, ich bin aus der Übung, und ist halt, normal so, wenn man lang kein Mario Kart mehr gespielt hat, muss man halt wieder trainieren, ne. Aber, Leute, ich werd euch weiter, also, ich muss euch noch was Wichtiges mitteilen, ähm, wie's denn aktuell so aussieht, und, bleibt dran. Die Drachenmauer wurde ausgewählt, und, ja, eine bekannte Strecke vom DLC. Okay, Leute, was ich euch auf jeden Fall mitteilen möchte, ähm, vielleicht wissen ja viele schon, ähm, ja, ich hab jetzt ja schon mal ein paar, ein paar Mal, ein paar Zähne erwähnt, wegen die Ausbildung, also, die ich ja, ähm, ja, gerade, momentan, aktuell mache, und zwar, ähm, mach ich, ja, meine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker, und, ja, Leute, wie soll ich sagen, es, ah, fuck, ey. Ja, also, es läuft, momentan, naja, ähm, WTF, was war das denn für ein Scheiß, Leute? Ich glaub's nicht. Ähm, ja, ich, könnt ihr mich mal aussprechen lassen, ey, ist doch unglaublich, ey. Fängt's wieder an, ey. Ähm, ja, Leute, ich, äh, muss ehrlich sagen, so Kfz-Mechatronik ist natürlich kein Zuckerschlecken, und, ja, schein, das ist ja echt geil, wie schlecht ich bin, ist doch klar. Ne, also, natürlich, ähm, ja, denk mal, dass ich nicht der Einzige, äh, dass es, ja, dass ich der Einzige, äh, sag, also, der Einzige bin, der das so sagt, ja, dass es halt kein Zuckerschlecken ist, und, ja, man wird halt dreckig, das ist normal, ne, so an den Fingern und so, und, ja. Und, ähm, ja, also, mit den Kollegen, wie soll ich sagen, verstehe ich mich mit wenigen, leider, also, nicht mit allen Leuten, leider. Ist natürlich echt doof. So, einfach aus, ey, komm, scheiß drauf. So, ha, geil, ja, nein, was für ein Bug, ey, ach, man, das war ja richtig, ja, okay, alles klar, Leute. Gut, ich werde jetzt am Ende noch zerstört. Alles klar, Leute, was soll man dazu sagen? Ja, vielleicht konnte ich noch welche überholen. Ja, komm, Fötter, geht doch, Leute, WTF, der Blitz hat noch meinen Arsch gerettet. Also, das war, ja, noch gut gegangen, würde ich mal sagen, und, ja, Leute, dann, ähm, mach ich noch ein drittes Rennen, und bis gleich. Okay, Leute, wir sind zu zehnt, also zu, äh, ja, es sind, äh, neun Leute noch dabei, und mit dazu, also, neun Mitspieler, und, ja, sind wir am Start noch. So. Okay. Ja, ähm, naja, also, so, besonderes, oder irgendwas, ja, besonderes, hab ich leider nix mitzuteilen, leider. Ähm, ja, ich möchte halt nur ein paar Rennen, also nur wirklich zocken, und, ja, ich möchte mich halt wieder, ja, ich will halt wieder der Beste sein, ne, ich hab wirklich verlernt, und, ja, muss ich halt wieder trainieren, ist halt so. WTF, Alter, was war das denn für eine Aktion? Heftig. Nein, ich bin schlecht. Ah, komm, diese Japsen, Alter, da hinten, oder vorne. Alter, ihr, ich weiß, ich mach Much, Alter, ich mach Mist, Alter. So, klar, ey. Ja, alles klar. So, ja, drei grüne, okay. Vielleicht. So, natürlich war das ein Internet-Bug, man kennt es. Ich werd wahnsinnig, Leute, Alter, das ist doch, das ist einfach ätzend. Einfach nur ätzend, ey. Das ist, das ist nicht mehr feierlich, wirklich. Echt nicht mehr feierlich. Ja, die trifft natürlich mich, ey. Ist klar, Alter. Wie erbärmlich das aussah, Leute, ey. Das ist doch, ja, richtig erbärmlich, die Aktion. Heftige Scheiße. Ja, okay, okay. Nimm dir Windschatten. Ja, ist klar. Ist klar. Ist klar. So, jetzt soll ich mal die Rote von ihm jetzt zerstören, Alter. Geh mir nicht auf den Piss. So, vielleicht, vielleicht, wenn ich jetzt kein Mist hier baue, verdammt, ey. Ja, natürlich, Alter. Ich werd wahnsinnig. Ich werd wahnsinnig. Ich werd wahnsinnig. Ja, natürlich, Alter. Wegen die scheißverkackte Wand. Mann. Ja, dann werd ich nur Förder. Ja, okay, komm. Förder. Kann man auch noch so stehen lassen. Ja, also, mir ist halt wirklich wichtig, wenn ich Pluspunkte krieg. Und ich würd mal sagen, dass ich noch ein viertes Rennen, also, ja, das letzte Rennen noch machen werd. Weil, ja, es macht Laune. Und bis gleich. So, Leute. Okay, die, ähm, Strecker ist, denke ich mal, wilder Wipfelweg, wahrscheinlich. So. Okay, den Start nicht verhauen. Okay, geht doch. So. Heftige Scheiße. Alter, Verwalter. Dreckt jemand mit einer Hupe, Alter. Richtig intelligent genutzt. Und ich fall ja, fall ja intelligent runter. Läuft. So. Ja, es ist wieder voll. Okay, komm, ich, ich nutze jetzt einfach die Pilze. Ich weiß, das war riskant. Aber, na ja. Ich möchte halt, ähm, direkt ein neues Item haben, verdammt. Aber, ich krieg natürlich nix Gescheites hier, ist klar. Ja, ich krieg ja, ähm, auf den zehnten, ja, da muss man doch eher was besonderes kriegen, ja, also, mit einer Rakete oder so, ja, zum Beispiel. Alter, Verwalter, du wirst gebumst, gewächst, geboxt oder so, Alter. Ja, ich wollte gerade sagen, weggebumst, Alter. GTF. Nein, Alter. Okay, okay. Das war jetzt wahrscheinlich, ähm, ich denke mal, shit, dass es nicht hier gut enden wird. Shit. Ja, ich bin wirklich raus, Leute. Wie ihr seht, ich, ich hab's echt verlernt. Heftig. Ich hab's wirklich verlernt. Mhm. Ja. Es ist normal, Leute. Es ist einfach normal. Ja, ich denke mal, dass ihr das selber verstehen könnt. Ja. Oh mein Gott! Nein, Alter. Das ist doch richtiger Much, Alter. Richtiger Much. Jetzt gib mir die scheiß Streifen her. Ja, ist klar. Alles klar, Leute. Alles klar, ey. Ich werd wieder Förder. Gut. Alles klar. Ich dachte mir, jetzt passiert was Schlimmes, weil, ja, als Kleiner da, es ist halt, wirklich, riskant. Aber naja, egal. So, Leute. Ich bin wahrscheinlich nur Förder geworden. Glaub ich. Und, krass. Viel steht für Lifestyle. Wer kennt das nicht? Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, ähm, ja, dass ich mich jetzt verabschieden werd. Und, ja. Schau.